Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute zum Tipp den Spieltag, also den kompletten Bundesliga-Spieltag. Wir werden ihn einmal durchtippen und werden schauen, wer so in meiner Kick-Tip-Runde eigentlich gerade im Absagen ist, Woche für Woche Punkte holt und vor allen Dingen, wer hochgeklettert ist. Denn, ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Wochen habe ich schon einige Plätze gut gemacht. Also, wer die Folgen regelmäßig guckt, vom Platz über 100, ich glaube, 116 oder 140 war ich, da bin ich schon ganz schön weit nach oben geklettert. Schauen wir gleich drauf. Wenn ihr auch mitmachen wollt, schreibt unten rein, Hashtag Kick-Tip, schickt mir eure E-Mail-Adresse rüber bei Instagram und dann geht eine E-Mail raus. An alle Teilnehmer, ich wünsche euch natürlich auch weiterhin viel Glück. Kommentiert hier gerne mal das Video, welcher Platz ihr denn seid und was eure Tipps fürs Wochenende sind. Denn, die gehen wir natürlich jetzt gleich auch durch, ist ja klar. Während ich hier gerade live bin, werden wir gleich, äh, genau, während ich jetzt hier gleich diese Ergebnisse mache, werde ich live auf Twitch sein. Das heißt, wenn ihr das Video seht, stellt mal so ab halb 1, 1 bin ich dann live auf Twitch und zocke die Weekend League durch. Also, wenn ihr da Bock habt, mit dabei zu sein, ein paar Fragen zu stellen oder so, kommt gerne rüber. Und, ähm, ja, vergesst hier auf diesem Kanal auf jeden Fall nicht, ein Abo sowie ein Like da zu lassen. Hier, Abo, äh, ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video auch rauskommt. Das ist so ziemlich das Wichtigste, äh, damit ihr halt auch immer informiert bleibt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal direkt rein mit den Tipps, beziehungsweise der Tabelle, ähm, von Kicktipp. Und das ist eben meine Gruppe hier. Guck mal, Ostfriesenjunge, Platz 1 mit 120 Punkten. Ein paar Leute haben gefragt, wie das Punktesystem bei uns ist. Ich würde sagen, auf Standard. Also, ähm, hast du die, das Ergebnis komplett richtig, kriegst du 4 Punkte. Hast du, äh, die Mannschaft und die Tordifferenz richtig, 3 Punkte. Hast du, äh, nur die Mannschaft richtig, also zum Beispiel, du tippst 2-0, das Spiel geht aber 4-0 aus. Aber für genau die Mannschaft, die du tippst, kriegst du 2 Punkte. Das ist Standard, ähm, bei diesen Tipp-Dingern. Und, äh, von daher, ja, genau, das, äh, dazu gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Ich habe da einfach nichts umgestellt, so. Das heißt, es ist automatisch so. 115, Kraker, André 114, SVW 113, Einmacher, 110, auch Kassdurchkug 108, äh, Leon Alia 106, Kuss, 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 hier, Werder Macker 105. Aber auf Platz 15, und guckt euch mal an, jetzt kommen wir schon. Platz 23 mit 103. Mit 103 Punkten, wir sind auf Platz 23, also wir sind ganz schön weit geklettert, haben in den letzten Wochen einiges richtig gehabt, vor allen Dingen oftmals ein Ergebnistipp genau richtig, also mit 4 Punkten. Deswegen konnten wir hier gute Sprünge machen. Es ist gar nicht mehr so viel, wenn man überlegt, 18 Punkte, äh, 17 Punkte auf Platz 1, da ist schon jetzt ganz schön viel drinne wieder, ne. Aber, wie Sie sehen auch, die Tabelle ist hier auch ziemlich eng, ne, wenn man mal guckt, auch 97, 96, ähm, guck mal hier auch, selbst Platz 80 hat immer noch 90 Punkte, also ihr seht, hier haben einige richtig aufgeholt, äh, Iam Dennis auch 85 Punkte, hier ist schon einiges drinne, Werder Hero auf Platz 119 mit 77, also hier geht wirklich noch viel. Maurice, Grüße gehen raus, äh, Platz 8, äh, 116 mit 78 Punkten, mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal rüber und tippen hier den Spieltag, ähm, heute beginnt der ganze, äh, Spaß ja schon wieder, denn heute spielt Mainz gegen den 1. FC Köln und da sag ich auch direkt, ich glaube, dass die Kölner, äh, das machen werden und mit 2 zu 1 gegen Mainz gewinnen werden. Dortmund gegen Stuttgart, also bei Mainz, Köln gibt es für mich auch nicht groß, sondern ich viel mehr dazu zu sagen. Dortmund gegen Stuttgart finde ich eine sehr interessante Partie, denn wir müssen hier eine Sache bedenken, Stuttgart ist wieder am Kommen langsam, DFB-Pokal abrasiert, davor sich freigeschossen, Mut geschossen, Luft freigeschossen, Dortmund gewackelt gegen Union, zwar weitergekommen im DFB-Pokal, aber, naja, ähm, so ganz rosig läuft da natürlich auch nicht alles, sieht man ja auch anhand des Tabellenplatzes, Platz 8 mit 16 Punkten und Minus 1 Tordifferenz ist natürlich schon ein Stück weit aussagekräftig. Also da hapert es vor allen Dingen in der Offensive von dem, was man gewohnt ist bei Dortmund und Stuttgart, wie gesagt, jetzt so langsam kommen, wenn man mal überlegt, Stuttgart 14. mit 8 Punkten, hat aber genauso viel Tore geschossen wie Borussia Dortmunds. Also, ich sage, dieses Spiel geht 2 zu 2 aus. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ich habe das dumpfe Gefühl irgendwie, dass die Wolfsburgers machen. Also, so ein enges Ergebnis 2-1 Wolfsburg oder so kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite, man kann Xavi Alonso aktuell überhaupt noch nicht einschätzen. Vielleicht muss der einfach auch noch mehr ankommen. Vielleicht braucht der einfach noch ein bisschen Zeit. Kann ja alles sein. Von daher tippe ich hier bei Leverkusen gegen Wolfsburg trotzdem 2-1. Leverkusen, knappes Ergebnis und damit durch so. Ja, Freiburg gegen Werder, meine Werder-Radar. Gegen Mainz das schlechteste Saisonspiel gemacht, muss man ganz klar sagen. Jetzt im DFB-Pokal raus. Da ist natürlich schon irgendwie so im Kopf das Verlangen, ein Zeichen zu setzen. Und da auch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Auf der anderen Seite spielen wir gegen Freiburg, die aktuell, was heißt aktuell, die in dieser Saison schon 18 Punkte geholt haben. Vierter sind, einfach gut dastehen. Jetzt muss man aber auch sagen, in den letzten 5 Spielen hat Werder sogar einen Punkt mehr geholt als Freiburg. Und hätten wir gegen Mainz eben gewonnen, hätten wir auch die gleiche Tabellenkonstellation gehabt. Also, das ist schon ein sehr, sehr enges, gutes Spiel, glaube ich. Und ich denke, dass wir ein Zeichen setzen werden und wieder nach vorne ackern und das Spiel 1-1 ausgeht. Würde ich übrigens aktuell absolut auch nehmen gegen Freiburg. Mit dem Unentschieden wäre ich total zufrieden. Hoffenheim gegen die Bayern. Das ist natürlich auch wieder eine Partie. Ach, ich weiß es nicht. Hoffenheim gegen Schalke jetzt zweimal gewonnen. Ist das so ein Maßstab? Schwierig. Bayern scheint zu funktionieren. Jetzt doch auf 9er setzen, obwohl man es am Anfang wieder nicht so wollte. Und gesagt hat, nö, brauchen wir nicht. Ich glaube trotzdem, dass die Bayern das Ganze hier 3-2 machen werden. Torreich. Hoffenheim, Baumgartner wird wahrscheinlich wieder treffen. Aber die Bayern werden es am Ende machen, glaube ich. Augsburg gegen Leipzig. Da muss ich tatsächlich sagen, da kann ich mir eigentlich, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Augsburg jetzt wieder punktet. Auf der anderen Seite haben die einen schon so oft überrascht. Das ist ja eine absolute Überraschungstüte, Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Und die Leipziger sind auch nicht wirklich so richtig auf Kurs. Also entweder geht das Ding hier unentschieden aus oder Leipzig gewinnt knapp. Deswegen mache ich mal 1-0 Leipzig. Irgendwie sowas. Aber finde ich ganz, ganz schwer zu tippen, diese Partie. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Ja, das ist eine wirklich gute Partie. Da schreit es nach Tradition. Siebter gegen Zehnter, 16 gegen 17 Punkte. Tordifferenz beide, 4. Also, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Gladbach besser der Defensive, Frankfurt besser der Offensive. Gladbach viel besser in Heimspielen. Auswärts kann Gladbach einfach nicht. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr interessant, wie das Spiel ausgehen wird. Ich glaube aber an ein 4-2 für Eintracht Frankfurt aufgrund von Verletzungen Sommer, der ausfallen wird. Hofmann, der ausfallen wird. Dadurch muss schon zweimal getauscht werden. Und dann, je nachdem, wer da noch kommt, plus Pokalhaus, glaube ich, dass es für Gladbach sehr schwer wird. Ich traue ihnen auch viel zu im eigenen Stadion. Allerdings, glaube ich, jetzt, so kurz nach dem Pokalhaus, werden die Frankfurter das machen. Ah, Bochum gegen Union. Dass man hier mal sagen muss, Bochum gegen Union, 1 gegen 18, das ist natürlich schon sehr aussagekräftig. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist schon sehr, sehr krass. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel auch wirklich am Ende ausgehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bochum da was holt. Wenn dann so ein knappes Unentschieden irgendwie 1-1 oder so. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, 2-0 Union. Selbst bei einer Niederlage würden die auf dem 1. bleiben. Aber damit bleiben die halt auch erstmal unangefochten 1. aktuell. Ja, und hätten 4 Punkte auf die Bayern und 6 Punkte auf Frankfurt. Also, kann man mal machen, würde ich sagen. Naja. Hertha gegen Schalke. Das Keller-Duell in dieser Saison aktuell. 17 gegen 16, laut den Tipps, die wir jetzt hier abgegeben haben, natürlich fairerweise gesagt. Ja, ist natürlich, boah, ganz schwierig durch die Vorzeichen. Schalke wahrscheinlich mit Interimstrainer, mit Büskins und noch irgendwem. Und Hertha eigentlich wirklich besser in der Saison, als jeder Tabelle im Platz sagt. Ich meine, macht Hertha hier 3 Punkte, haben die 11 und sind mit Leverkusen punktgleich, gehen sogar Leverkusen vorbei. Also sind auf Platz 13 und haben auch den Anschluss im Mittelfeld absolut. Verliert Hertha wiederum. Dann Halleluja. Dann erstmal Schalke macht 9 Punkte, klettert über Hertha. Das Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich der, dass man echt absolut in der Erwartung ist. Also ich finde sogar, dass Hertha hier mehr zu verlieren hat als Schalke. Einfach aus dem Grunde, weil Schalke halt auch eben mit dem neuen Genell in der Riemstrainer, muss man mal gucken, wie das so läuft. Und Hertha hat halt da eben, ja, eigentlich grundsolide bis jetzt gespielt, muss aber jetzt eben auch die 3 Punkte machen. Ja, kurzum, ich glaube, dass es trotzdem kleinen Trainereffekt geben wird und das Spiel 2 zu 2 ausgeht. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Hertha das macht, dass Schalke das macht. Das glaube ich nicht, dazu fehlt mir die Fantasie. Aber irgendwie glaube ich so durch einen Dusel, dass das Ding 2 zu 2 ausgeht. Ja, das sind meine Tipps, Freunde. Das wäre die Abschusstabelle nach dem, was haben wir denn jetzt, 11. oder 12. Spieltag, 11. Spieltag. Wir werden 9. Damit wäre ich erstmal zufrieden, seien euch ehrlich. 9. mit 16 Punkten, 7 Punkte auf Platz 16, das wäre für mich akzeptabel. Eure Meinung unten rein, eure Tipps unten rein. Und kommt rüber auf Twitch und, ja, lasst uns zusammen ein bisschen streamen, ein bisschen quatschen. Auch hier bei der Bundesliga. Und sonst gerne noch ein Abo dalassen. Kuss geht raus. Ich bin raus. Bis dahin. Euer Nico. Und ciao.